Morgen! Was machen wir heute hier? Wir schauen uns die Stadt an und wollen vielleicht noch ein bisschen Text klären. Und das ist aber natürlich auch wichtig, wenn wir jetzt hier etwas anders sind, dass wir ein bisschen lost von der ganzen Stadt hier mitnehmen und irgendwie mitbekommen, was hier so passiert und die ganze Stimmung spüren. Und deswegen sind wir im Moment hier in Beverly Hills und schauen uns einfach was endlich an. Wenn wir hier rumlaufen mit den ganzen Teams, dann ist es für uns immer wichtig, dass wir, wir sind ja Teil eines Teams und das müssen wir auch so machen. Ja hier, die Sonne ist echt lasend. Und irgendwie... Was denn, was denn los hier ist? Was willst du oder was? Der Scheißer. Der Scheißer. Der Scheißer. Also heute Morgen ging es erstmal los mit einem Donut und einem anderen Süßelteil, war ein geiler Start im Tag sag ich mal, sehr amerikanisch. Vier Zucker. Ja, dann ging es los Richtung Downtown, dann waren wir gleich beim Walk of Fame, sind dann ausgestiegen, haben uns dann eben da das kurz angucken können und dann ging es mit dieser Brusttour weiter bis zum Meer, wo wir jetzt gleich angucken. Nein!